Hier in Krefeld fertigen wir Hochgeschwindigkeits- und Regionalzüge und wie wir mit unseren Produkten unsere Kunden in ihrem Wettbewerb stärken, so hat es auch Huptex bei uns geschafft. Mein Name ist Niklas Helwig-Schiefebein und ich bin Fabrikler und Anlagenplaner bei der Siemens Mobility GmbH im Werk Krefeld. Wir haben nach einer mobilen Lösung gesucht, um in unseren Doppelstockzügen die Seitenfenster aller Decks einbauen zu können und das ist bis dahin in sogenannten Glasarbeitsständen erledigt worden, die aber keine Möglichkeit mieten, an den Oberdeckscheiben eine Montage durchzuführen. Unser mobiles Seitenfenster-Handlingssystem der Firma Huptex besteht aus einem Induktionsspur geführten Fahrzeug für die Fahrbewegung und die Hupbewegung und zusätzlich aus einem aufgesetzten elektronischen Manipulator für die Handhabung und das Aufnehmen der Seitenscheiben. Das komplette System ist batteriegetrieben. Wir haben gemeinsam mit der Firma Huptex den Beweis erbracht, dass wir auch mobile Seitenfenster in allen Decks einbauen können und dafür keine stationären Arbeitsbühnen links und rechts neben dem Wagenkasten benötigen. Aus meiner Erfahrung heraus kann ich raten, dass Huptex ein richtiger Partner ist, um Sonderkonstruktionen vor allem für Sonderfahrzeuge zu entwickeln und ich kann mir gut vorstellen, dass ihr oder sie auch willig werden.